Butler hielt sich zurück, bis sie in dem Flugzeug von Bangkok nach London Heathrow saßen, doch dann musste er die Frage loswerden. Artemis, Sir, warum haben wir das Buch nicht einfach behalten und sie sterben lassen? Eine Leiche ist ein Beweisstück, Butler. Auf meine Weise haben die Unterirdischen keinen Grund, misstrauisch zu werden. Und was ist mit der Fee selbst? Sie wird kaum freiwillig zugeben, dass sie menschenwesendes Buch gezeigt hat. Außerdem habe ich ihr ein leichtes Mittel zum Vergessen in die zweite Spritze gemischt. Butler nickte bewundernd. Immer zwei Schritte voraus, unser Master Artemis. Die Leute sagten, er sei ganz aus dem alten Holz geschnitzt, doch sie irrten sich. Master Artemis war aus nagelneuem Holz von einer Sorte, die noch keiner gesehen hat. Mittlerweile haben sie sicher erkannt, wie weit Artemis Faul zu gehen bereit war, um sein Ziel zu erreichen. Doch was beabsichtigte er überhaupt? Die Antwort auf all dies lautete. Gold. Artemis Sucher hatte zwei Jahre zuvor begonnen, als er zum ersten Mal im Internet surfte. Schon bald war er auf allerlei abgelegenes Heiz gestoßen, über die Entführung durch Aliens, die Sichtung von UFOs und das Übernatürliche, vor allem jedoch über die Existenz des Erdvolks. Er fand hunderte von Hinweisen aus nahezu allen Ländern der Welt. Jede Zivilisation hatte ihren eigenen Namen für die Unterirdischen, doch unzweifelhaft gehörten sie alle zu derselben verborgenen Familie. In mehreren Berichten war von einem Buch die Rede, das jedes unterirdische Wesen bei sich trug. Es war ihre Bibel, in der angeblich die Geschichte ihres Volkes und die Gebote verzeichnet waren, die ihr langes Leben regelten. Das Buch war natürlich auf Gnomisch verfasst, der Sprache der Unterirdischen und für Menschen vollkommen unverständlich. Artemis jedoch glaubte, dass es mithilfe der modernen Technologie möglich wäre, das Buch zu übersetzen. Und hatte man erst einmal die Übersetzung, konnte man eine ganz neue Spezies ausnehmen.